Also, ich finde es erstaunlich, dass wir alle, glaube ich, noch keinen Lagerkoller haben. Ich finde es, ehrlich gesagt, gestern Abend waren wir mal draußen und das war schon sehr schön und da hatten wir alle nicht so richtig Lust, hier zurückzukehren, aber an sich, weil das Team so toll ist und so klein auch und wir eben immer quasi am Set schon sind, bevor wir überhaupt aufgestanden sind, das hat ja auch seine Vorteile.